Wir machen weiter mit einem MMA-Kampf. Drei Runden, drei Minuten bei einem Gewicht von bis zu 74 Kilogramm. Meine Kämpfer beschleunigen ihren zweiten MMA-Kampf. In der roten Ecke aus dem Elevate Bremen. Istanbul! Passano! Istanbul, Hasanov, meine Damen und Herren. In der blauen Ecke aus dem Hammerhof Gym Hamburg. Er hat angefangen als Kickboxer, ist jetzt hier in seinem zweiten MMA-Kampf. Schultheim Camilo! Showtime Camilo, meine Damen und Herren. Applaus vom Ge warranturo depth. Die Kamera wird von Pontus. Vier Zhang, meine Damen und Herren. Er hat einen Kuck. Hier wird das Lichten für Manager in Banus climatrem der Reppe ver Garmens hat den supremem Herzen investieren. Ein Spiel, ein Spiel. d witte Aber, genau, wir stehen den Handkampf, genau so, rechts, ander hoch, rechts, gleich den Underhook holen und dann laden Sie fest. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020